Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Nach diversen Teasern und Leaks in den letzten Tagen und Wochen hat OnePlus heute endlich das Nord 2 offiziell vorgestellt. Ihr wisst es ja, der Vorgänger war für mich eins der besten Mittelklasse-Smartphones des letzten Jahres, dementsprechend hoch sind auch meine Erwartungen. Und OnePlus spricht mal wieder von nichts weniger als dem neuen Flaggschiffkiller. Das Specsheet kann sich durchaus sehen lassen, den Sensor der Hauptkamera kennen wir schon aus dem OnePlus 9 Pro, da bin ich extrem gespannt drauf. Dazu kommen 65 Watt Fast Charging, 91 Hz OLED-Display und vieles mehr und das alles ab 399 Euro. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist der verbaute Mediatek-Prozessor. Dazu dann aber im Laufe des Videos noch mehr. Jetzt wollen wir das gute Stück erstmal zusammen auspacken und natürlich schauen, wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Das, was ihr hier seht, ist natürlich wieder die Presseverpackung und nicht die offizielle Verkaufsverpackung. Die befindet sich hier drin. Da lässt sich OnePlus ja immer ein bisschen was einfallen. Das ist in dem Fall aber jetzt wirklich die gleiche, also zumindest meine ich, wie auch beim Nord CE 5G vor ein paar Wochen. Und auch letztes Jahr beim ersten Nord war die schon ganz, ganz ähnlich. Wir schauen jetzt trotzdem schnell, was hier drin ist. Es sind nämlich tatsächlich nur zusätzlich drei Cases. Ich finde sowas trotzdem immer richtig cool, wenn die Hersteller und Testern quasi gleich ein bisschen Zubehör mit dazugeben. Ihr seht es, drei Cases, die werdet ihr dann im Nachhinein, denke ich mal, alle noch separat kaufen können. Ja, also die Cases bei OnePlus waren ja schon immer ziemlich extravagant, aber das sieht cool aus. Gefällt mir. So, jetzt werfen wir hier noch einen Blick auf den restlichen Umfang oder Lieferumfang und hier ist dann auch schon das eigentliche Nord 2 drin. Das ist jetzt die Retail-Verpackung, also genau so sollte es auch aussehen, wenn ihr euch das gute Stück kauft. Hat sich jetzt auch nicht großartig verändert im Vergleich zum Nord CE 5G. Das hier ist die Version, ich weiß nicht, ob es hier irgendwo steht. Ja, mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher in der Farbe Blue Haze. Standardmäßig sind es 128 GB Speicher und 8 GB RAM. Da ist dann die UVP 399 Euro. Wie viel diese größere Version jetzt kostet, haben sie uns noch nicht erzählt. Ich gehe mal davon aus, 50, vielleicht sogar 100 Euro mehr. Lassen wir uns mal überraschen. Verfügbar sein soll das gute Stück, wenn ich das, also wenn ich richtig zugehört habe, ab 28.07. Also relativ zeitnah. Mein Review kommt auch schon bald. Dieses Mal war es allerdings so, dass wir das Gerät nur 5 Tage vorab bekommen haben. Und OnePlus meinte zu uns, kurz vor Marktstart kommt noch ein wichtiges Update. Das sollte man auf jeden Fall abwarten und das werde ich natürlich machen. Also ich brauche noch ein bisschen Zeit, kommt dann aber sehr, sehr bald. Ich nehme dieses Video hier natürlich vorab auf. Eventuell wird es auch noch irgendwelche Vorbesteller-Bundles geben bei den Shops oder so. Da waren sie sich auch noch nicht ganz sicher. Checkt das einfach mal ab. Vielleicht gibt es Kopfhörer oder sowas dazu. Ich weiß es auch nicht. Aber generell der Preis an sich natürlich schon ziemlich interessant für die gebotene Hardware. Das werdet ihr jetzt im Laufe des Videos schon raushören. So, jetzt haben wir hier erstmal das Smartphone an sich. Sorry, dass ich da jetzt so viel im Vorfeld erzähle. Aber sind ja auch alles wichtige Infos für euch. Im Zweifelsfall schaut euch oder habt ihr wahrscheinlich schon die Präsentation an. Da gibt es ja nochmal definitiv alle Infos bestätigt. So, was wir hier nach wie vor mit dabei haben und das finde ich immer super, ist noch ein Case. Das ist auch in diesem neueren OnePlus-Look gehalten. Ist nicht mehr hier komplett transparent, sondern hier mit diesem Muster da drin. Ja, macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Und dann haben wir hier noch so einen Tray. Da sollte dann der Rest drin sein. Also hier erstmal unser Simajack-Tool und dann, das finde ich auch immer schön bei der Nord-Reihe, alles halt schön in diesem Farbschema gehalten. In diesem Blau-Schwarz. Safety Information, Quickstart Guide, Sticker sind keine mit dabei. Zumindest bei meinem Gerät nicht. Und dann, ihr wisst es, was jetzt kommt. Das ist das Einzige, was so ein bisschen schade ist. Ja, wenn jetzt das Kabel hier quasi noch passend farblich gehalten wäre. Naja, aber es ist halt die normale OnePlus-Farbe. Unser USB auf USB-C Kabel. Interessant aber, und das habe ich ja im Intro schon angedeutet. Es unterstützt nicht nur Warp Charge 65. Nein, es wird auch das passende Netzteil mitgeliefert. In unter 30 Minuten wird der Akku damit komplett voll geladen. Und das ist für diese Preisklasse, das sind jetzt nicht die Ersten, die das machen in der Preisklasse. Aber ich finde durchaus, ja, ein Game-Changer ist es nicht. Also ich finde generell, dieses Feature ist ein Game-Changer. Aber für 400 Euro ist es halt wirklich nochmal deutlich cooler als bei den ganzen Flaggschiffen. So viel zum Lieferumfang. Finde ich, kann man sich für 400 Euro überhaupt nicht beschweren. Vor allem bei dem Netzteil und dem coolen Case. Jetzt schauen wir uns das Smartphone an sich etwas genauer an. Das ist es also, das OnePlus Nord 2. Ihr seht es ja noch komplett in Folie. Aus der wollen wir es jetzt auch rausholen. Entschuldigt, dann bin ich gespannt, ob auch noch eine Display-Schutzfolie vorinstalliert ist. Jetzt nehme ich aber hier erstmal den Sticker ab. Und ja, die Rückseite ist interessant. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Ja, Display-Schutzfolie ist auch vorinstalliert. Das Display ist natürlich komplett flach gehalten, wie es auch schon beim Vorgänger der Fall war. Beginnen wir wie immer mit den Abmessungen. Da hat sich kaum was getan. 159 x 73 mm. 8,25 mm ist es dünn und wiegt 189 Gramm. Ist etwas schwerer geworden. Das erkläre ich jetzt aber einfach mal durch den etwas größeren Akku. Ich habe natürlich das OG Nord, wie es Kenner nennen, noch hier. Da geben wir uns jetzt einfach mal den Größenvergleich und sehen. Ja, da hat sich wirklich kaum was getan. Also ist der gleiche Formfaktor, den ich ja sehr, sehr gerne mochte. Das Blau hat sich aber ein bisschen verändert. Wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Was mir auffällt irgendwie, es wirkt nochmal abgerundeter. Also vor allem der Übergang hier von der Rückseite zum Rahmen, zum Display, liegt sehr, 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 sehr angenehm und gut in der Hand. Hätte ich so gar nicht erwartet, aber gefällt mir richtig gut. Wir haben nach wie vor ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display. Das löst mit 2400 x 1080 auf, macht 410 ppi. Leider nur 90 Hz. Ich hätte hier natürlich auch gerne 120 Hz gesehen, aber ich finde auch die 90, ehrlich gesagt, in Ordnung. Hauptsache es sind keine 60 Hz. Wir sind ja hier immer noch bei 400 Euro und dafür hat man hier halt eher den Fokus auf die Kamera gelegt, hardware-technisch, was ich tatsächlich gar keinen so schlechten Ansatz finde. Ja, wir haben hier jetzt nur noch ein Punchhole, nicht mehr zwei wie beim Vorgänger. Da ist eine 32 Megapixel Frontkamera drin auf dem Papier und das finde ich ganz lustig, ein besserer Sensor als beim OnePlus 9 Pro. Wollen wir mal abwarten. Die Displayränder gehen absolut in Ordnung. Ich würde sagen, da hat sich nicht so viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Und ein In-Display-Fingerabdrucksensor ist auch wieder mit an Bord. Der ist natürlich optisch. Was ich eben noch vergessen habe, über das Display zu sagen, fast wichtiger als 90 oder 120 Hz sind da für mich eh die Helligkeit, die Farbdarstellung. Da war das erste Nord ziemlich gut. Das CE 5G kam nicht ganz ran. Bin ich mal gespannt, wie das hier darf. Also hier hoffe ich dann zumindest, dass sie auf einem Niveau mit dem OG Nord sind. So, schauen wir uns das Smartphone von der Seite etwas genauer an. Der Rahmen besteht aus Kunststoff, zumindest die oberste Schicht. Das drunter sollte dann aber definitiv Metall sein. Fühlt sich tatsächlich massiver und hochwertiger an als beim Vorgänger. Gefällt mir auch besser. Links die Tasten für lauter, also beziehungsweise halt die lauter-leiser-Wippe. Rahmen ist aber glänzend, also dementsprechend auch anfällig für Fingerabdrücke. Zumindest hier bei meinem blauen Testgerät. Auf der Unterseite der Einschub für zwei SIM-Karten. Hier sollte auch Dual-SIM 5G unterstützt werden, also mit beiden SIM-Karten. Das ist ein Vorteil dieses Mediatek-Prozessors. Der UFS 3.1-Speicher kann aber nicht erweitert werden. Dafür aber eben UFS 3.1-Speicher für 400 Euro. Daneben ein Mikrofon, der USB-C 2.0-Port. Der erste von zwei Lautsprechern. Lautsprechern. Wir haben natürlich wieder Stereo-Lautsprecher. Der zweite, wurde in die Hörmuschel integriert. Da bin ich mal gespannt, ob man mit Xiaomi, Redmi, Poco und Co. mithalten kann. Rechts der Power-Button sowie der Alert-Slider, den die OnePlus-Fans ja kennen und schätzen, hatte man ja beim Nord-CE auch backgelassen. Und auf der Oberseite haben wir dann nur noch ein Mikrofon. Eine IP-Zertifizierung gibt es nicht. Ich glaube, das dürfte aber auch niemanden überraschen. Damit sind wir bei der Rückseite angelangt. Die besteht meines Wissens nach wie vor aus Glas. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Gefällt mir sehr gut. Diese Farbe hier, dieses Blau, ist jetzt rein optisch nicht unbedingt so mein Ding. Das ist so ein, ja, ich würde fast sagen, Mint-Blau. Baby-Blau ist es nicht wirklich. Also, ja, ihr seht ja hier den Farbvergleich. Also, da gefällt mir irgendwie die Farbe vom letzten Jahr besser. Was aber positiv ist, also Fingerabdrücke sehe ich hier überhaupt nicht. Obwohl das Ganze, es sei denn, man hält es jetzt wirklich stark ins Licht. Also, es sei denn, das Ganze spiegelt zu mir. Meinte OnePlus, dass die graue Version ist. Es gibt ja zwei Farben offiziell. Grey Sierra und dieses Blue Haze. Also, dieses Grey Sierra soll matt sein. Keine Ahnung, sah jetzt für mich auf den Bildern anders aus. Aber ich kann euch nur sagen, was mir erzählt wurde. Es gibt dann wohl auch noch eine dritte Farbe, Green Wood. Da waren zumindest Bilder im Reviewer's Guide. Das sah aus wie so eine Lederrückseite. Aber da hat man uns jetzt im Briefing überhaupt nichts zu gesagt. Dementsprechend habe ich da auch keine Infos für euch. Die Farbe hätte mir optisch tatsächlich am besten gefallen. Aber das ist ja eh Geschmackssache. Was die Haptik angeht, super. Also, da muss man sich überhaupt nicht verstecken. Da kommt ein Großteil der 400 Euro Konkurrenz aktuell nicht ran. Das gilt hier auch für das Kamera-Setup. Zumindest für die Hauptkamera. Und jetzt gut aufpassen. Ich habe ja gesagt, wir haben hier den Sensor aus dem OnePlus 9 Pro. Allerdings den Weitwinkelsensor, also den Sony IMX 766, der wird hier bei der Hauptkamera verwendet. Ist ein 50 Megapixel Sensor mit einer Blende von f1.9. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Oppo Find X3 Pro zum Beispiel haben sie den Sensor auch für die Hauptkamera verwendet. Und ihr wisst ja, das hat eine hervorragende Bildqualität. Also, wenn da dieses Smartphone für 400 Euro auch nur ansatzweise rankommen kann, dann können wir hier, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Da bin ich extrem gespannt drauf. Dazu gibt es eine 8 Megapixel-Weitwinkelkamera und dann noch eine 2 Megapixel-Monochrom-Linse. Die letztere kann man eher vergessen. Weitwinkelkamera mal abwarten, mache ich mir jetzt aber auch keine allzu großen Hoffnungen. Wie gesagt, 4500 mAh starke Akku, also nochmal etwas größer als beim Vorgänger. 65 Watt Fast Charging, aber natürlich kein Wireless Charging. Wie sollte es bei 400 Euro auch anders sein? Schalten wir das gute Stück ein. Ich hoffe, dass es etwas geladen ist und jetzt dann gleich mal kurz vibriert. Ja, jetzt, das hat aber lang gedauert. Und während das Smartphone hochfährt, gebe ich euch noch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist natürlich Android 11 mit OnePlus Oxygen OS. OnePlus verspricht wieder 2 Jahre Software und 3 Jahre Sicherheitsupdates. Da ist Samsung natürlich so ein bisschen im Vorteil. Als Prozessor kommt, wie gesagt, der Mediatek Dimensity 1200 zum Einsatz. Ich kann zu diesem Prozessor noch gar nichts sagen. Auf dem Papier kann der durchaus mit einem Snapdragon 870 mithalten. Aber man darf halt gespannt sein, wie die Alltagsperformance ist, wie die Effizienz dann ist. Also auch der Energieverbrauch am Ende. Und das ist es, was mir bei Mediatek halt immer so ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema Updates. Weil oft waren die Prozessoren gar nicht so schlecht. Aber das wurde dann halt immer als Ausrede genannt. Ja, die Mediateks werden im neuen Android nicht unterstützt, also in der neuen Android-Version. Deshalb können wir kein Update liefern. Ich habe das auch schon zu OnePlus gesagt. Also das darf hier halt dann wirklich nicht der Fall sein, wenn sie da auf jeden Fall 2 Jahre Updates und 3 Jahre Sicherheitsupdates versprechen. Lassen wir uns überraschen. Auf dem Papier ist das kein schlechter Prozessor. Generell die letzten Mediatek-Prozessoren, die ich hier hatte, die standen in Qualcomm-Prozessoren nicht wirklich in was nach. Also das würde ich jetzt noch nicht vorverurteilen. Und dann gibt es eben 8 oder 12 GB RAM. Ja, mein erster Eindruck. Auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich bin vor allem auf die Kamera extrem gespannt. Weil ich glaube, das könnte hier in dem 400 Euro Preisbereich durchaus der Game Changer werden, wenn sie das mit der Software hinbekommen haben. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie sich der Prozessor schlägt. Wie die Performance ist, wie die Akkulaufzeit ist, wie die Wärmeentwicklung ist. Davon wird auch sehr, sehr vieles abhängen. Ja, ich bin wie gesagt schon am Review dran. Aber lasst mich gerne wissen, was euch interessieren würde. Welche Fragen habt ihr? Womit soll ich dieses Smartphone hier vergleichen? Wie ist euer erster Eindruck? Denkt ihr, das ist ein würdiger Erbe für das OG OnePlus Nord? Oder hättet ihr euch mehr erhofft? Ich sage, wenn da jetzt noch ein Snapdragon 870 drin gewesen wäre, dann wäre das Ding so wirklich der Preis-Leistungskracher. Aber ja, man kann nicht alles haben. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.